Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und im letzten Teil hat sich Kenko beinahe selbst in die Luft gesprengt, kamen beinahe auch noch irgendwie mit. Wir haben es geschafft, den Herrensitz von General Otto, jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt er nochmal? Oberst Koch, äh ja, General Oberst, nein nicht General, also nur von Oberst Koch, von dem wir wissen, dass er mit Tors Hammer zusammenarbeitet, äh, dort einzudringen, aber das ist alles noch eine sehr, sehr gefährliche Nummer hier. Viele, viele Soldaten, viele Feinde und da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Als nächstes würde ich sagen, versucht die Karm nochmal eine Handgranate zu werfen. Wow, da hat es gerade geleckt, da ist manchmal direkt, da werde ich direkt nochmal gerade die Aufnahme neu starten. Denn das soll ja nicht sein. So, 14% nur, aber das geht doch, oder? Schön. Also das ist Oberst Koch, ne? Es wird Zeit zu gehen, Oberst Koch. Mehr als die Hälfte Ihrer Leute ist gefallen. In Kürze werden wir vom Feind überrannt. Sehr gut. Machen Sie meine Fluchtkapsel startklar. Ich bin sofort fertig. Was? Fluchtkapsel? Ich kümmere mich sofort darum. No! Bitte, keine Fluchtkapsel. Äh, aber was ja jetzt mal auf jeden Fall endgeil ist, wir haben die Hälfte der Männer eigentlich nur in diesem Areal hier getötet. Ja? Sau bitter, sau bitter. Okay. Calm. Du kannst vielleicht noch ein paar gute Schüsse abfeuern. Was hat denn der Typ da? Ich sehe es leider nicht genau. Aber es scheint mir ein normales Gewehr zu sein. Gut. Ich hatte nicht gedacht, dass es so gefährlich sein würde. Der ist kritisch. Aber ich kann mit Calm da nicht weiter... Ich kann mit Calm da nicht weitermachen. Approbatione. Zieh mich ruhig noch ein bisschen weiter zurück. Oh shit, der da kann auf dich schießen. Scheiße. Ja, aber der kann eigentlich keine gute Trefferchance haben. So, Gary hat, äh, Kengo zusammengenäht. Geil, dann kannst du mal gerade bei der Calm weitermachen. Genau, einmal Brustmassage. So muss das laufen. Klausi. Klaus. Klaus, was kannst du denn machen? Also das mit dieser Fluchtkapsel-Stakler machen. Ich hoffe mal, dass er das mit Fluchtkapsel meint. Weil dann muss er durch das vermiente Tor durch. Ansonsten wäre das doof, wenn der abhauen würde. Das wäre nicht so cool. Da hätte ich jetzt nicht so die Mega-Lust drauf. Vor allen Dingen, weil wir doch schon hier relativ gut... ...gegen seine Jungs gekämpft haben. Muss man im Moment einen Timer gerade nochmal neu starten. Unprofessionell. Und dann... Ich schau da nochmal. Genau, Klaus. So ist besser. So ist besser. So, dann ist der jetzt auch gleich kritisch. Aber warte mal, du brauchst echt... Dann... ...weißt du was? Dann hock dich hin. Benutzt die mal unter Vorbehalt. Perfekt. Ich hätte zählen sollen. Aber es waren einfach zu viele. In dieser Mission insgesamt zu viele. Wobei die nicht alle auf dein Konto gegangen sind. Muss man auch fairerweise sagen. Sondern die meisten hat Karm diesmal getötet. Also das war Karm. Das waren alles Handgranaten, die Karm geworfen hat hier. Gut, man muss sagen... Kenko hat auch so zwei, drei. Und wenn wir Karm und ihn selbst noch dazu zählen, dann hat er fast sechs Leute getötet. Das ist natürlich auch so eine Sache. Oh. Oh, du ne Socke, ey. Da hat er mich noch getroffen. Uhlala. Da sind ja ein paar Leute da, ne? Wollt ihr vielleicht hier den Abzug von Oberst Koch sichern? Da hätte ich aber was dagegen. Da hätte ich was dagegen. Ich muss nicht mal hin. 23% nur. Irg. Yikes. 30. 33. Nur. Das ist so wenig. Immerhin einmal schon mal getroffen, ne? Okay, Rocco. Äh. Genau. Kletter du mal. Über die Mauer. Wechsel mal auf die Suomi. Und unterstütz mal den Günner. Der kann ein bisschen Hilfe gebrauchen. Kenko, du musst ultra vorsichtig sein. Ja, lauf mal hier hin. Ich meine, er hat ja auch einen Schafschützen. Jetzt bin ich noch gefährlicher. Relativ gesprochen auf jeden Fall. Habe ich euch schon im letzten Part gesagt. Ähm. Ende der Runde. Ey, so eine Drecksbacke da hinten. Du dummer Mistkerl. Kann doch nicht sein. Der hat jetzt Günner schon zweimal getroffen. Genau, Klaus. Mach dich klein. Embryonal-Stelle. Wow. Der Typ hat echt auf Carmen geschossen aus der Position. Krass. Diese dummen Opportunisten. Okay. Ja, ich weiß nicht. Soll ich deine Granate werfen? Wer hat alle diese Gäste eingeladen? Oh, ich nicht. Ich nicht. Hm, aber ich komme weit genug. Ich komme weit genug. Nur. Ja. So, jetzt hoffen wir mal, dass der dich nicht komplett wegmetert. Ich muss ja was machen. Der Günner wird ja sonst hier noch weggeschossen. Bleib da hocken. Okay, jetzt gucken wir erstmal. Carmen. Das war der Typ hier. Passt schon, passt schon. Okay, Klaus. Du musst es wieder. Du musst es wieder richten. Schnapp eins. Na und? Oh, fuck. Alter. Ich hin. Nimm dein Scharfschützengewehr. Ziel auf den Burschen da hinten. Garry, brich das mal kurz ab. Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. Arzt, die kam nochmal schnell zu Ende. In ein paar Tagen geht es mir wieder blende. So, jetzt verarztest du dich mal selbst. Und dann bleibst du mal da stehen. Ende der Runde. Wenn ich den Feind ins Auge sehe, muss der Feind auch mir ins Auge sehen. Ey, diese Drecksratten da hinten. Ohne Scheiß. Mit ihren verpisten MB-40-Gurken. Meine Wunde wird immer größer. Rocko, Klammer auf, schreit vor Schmerzen. Klammer zu. Es ist so endgeil. Die treffen halt auf die Distanz im automatischen Feuermodus. Das ist gut wie unmöglich, wenn ich das versuchen würde. Kinko, kannst du noch schießen? Schussgenauigkeit hat abgenommen. Reduktion der Waffenqualifikation. Na, super. Und 300 VP-Reduktion. Super. Okay. Folgender Vorschlag. Zehn Punkte nochmal rein. Perfekt. Renn um dein Leben. Ich nehme den Befehl an. So, ziemlich wie ich es mir vorgestellt habe. Halt so richtig schön scheiße. Deine Mutter hat sie alle eingeladen. Jetzt hoff nur, dass der Günner dir deinen Arsch rettet. Du musst aber in eine andere Richtung laufen können, Günner. Kann man so sagen. Das schaffst du nie, das Ding da hinzuwerfen. Dieser Feind ist meine Ausbildung nicht wert. Renn. Renn. Renn, was die Beine hergeben. So. So. Kam. Hast du noch einen guten Schuss auf einen von denen? Nee, hast du nicht. Dann krabbel mal. Man fällt vor. Mittlerweile kriegt wohl jeder eine Uniform. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Soldat. Das ist zu einfach. Das läuft ja hervorragend. Kann man so sagen. Mir fehlen die Worte. Der Ofen ist aus. Ich denke schon, ja. So. Dann sterb mal, Kinder. In Momento jedenfalls. Natürlich. Ich bin nicht der Scharf darauf, von mehreren getötet zu werden. Wen hätten sie auch sonst treffen sollen? Perfekt. Das läuft ja hervorragend. Weil diese Mistkerle auch echt ohne Scheiß die treffende Briefmarke auf 10 Kilometer Entfernung mit einem Wurfmesser. Was ist jetzt passiert? Äh. Das ist diese Fluchtkapsel, von der eben die Rede war. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss mir echt gerade überlegen, wie ich das jetzt hier richte. Weil ich kann nicht mit Günner zurück. Wenn die Günner töten, dann ist die Mission hier auch rum. Genau, bleib mal da stehen. 30% ist mir nicht genug. Warum sehe ich den Typen nicht mehr? Der steht doch da mitten auf dem... Naja, also... Das ist zu einfach. Macht richtig Spaß. Immer den ersten Hammer weg. Weißt du was, Klaus? Du läufst noch... ...so weit zurück wie geht. Günner. Da ist doch dieser fucking Baum. Lauf da mal hin. Hock dich mal hin. Okay, Kahn. Das sieht ja hier mittlerweile ganz gut aus. Verdammt! Dafür bekomme ich nicht genug Sold. Höre ich richtig? Er ist kritisch. Er hat immerhin keine Maschinen mehr. Gary, wie schnell bist du da oben bei Günner? Verstanden. Noch ein Feld. Habe ich nicht erwartet. Lauf. Und Lauf. Okay. Du musst den Günner gleich zusammennähen da oben. Ja. Günner hat dummerweise auch nichts, womit er sich selber zusammenflicken kann. Weißt du was, Günner? Versteck dich und lad nach. Kann eigentlich nicht sein, dass sich da jemand jetzt befeuert. Okay, Kenko. Lauf du mal hier hin. Versteck dich. Versprechen. Fortschritte. Und stirb nicht. Kahn kriegt ein Interrupt, weil da drüben ein Typ gekommen ist. Mit einem fetten, mit einem fetten Gewehr. Mit einem MG. Zumindest sowas in der Richtung, ne? Ich kriege, ich kriege wieder diese, diese Migräne. Diese Fail-Migräne. Das war nur ne Frage der Zeit. Du meinst, bis der Typ direkt vor dir steht und dich erschießt. Ich behalte ihn im Blick. Oh, fuck me. Das ist ja echt unglaublich. Fuck you. Du machst'n Scheiß. Noch mehr Ver- Ich bereue gar nichts. Ich sterbe. Den können wir abhaken. Puh. Klaus. Der Typ ist noch weit genug weg. Der Ofen ist aus. Gut. Sicher? Okay, okay, okay. Wenn man hart arbeitet, wird man auch besser. Noch mal, dass wir ihn da getroffen haben. Ich kann's jetzt nicht sagen. Ich, ähm, hoffe aber, dass es geklappt hat. Oh, ich sehe eine Steigerung. So. Kamel, du hast doch vorhin den Fritzen da hinten mit seinem Scheiß-Maschinengewehr gesichtet. Ah, du musst nachladen. Das bringt alles nix. Tarn dich. Guck in die Richtung. Guck einfach nur in die Richtung. Ja, komm. Kenko? Der hat dich entdeckt. Oh, fuck you. Okay. Unter Vorbehalt. Einsetzen. Boah. Fuck. Der war gut. Der war echt gut. Der hat durch... Kenko hat durch die Tür geschossen. Wow. Das nenne ich mal meisterlich. Kamel bekommt ein Interrupt. Scheiße. Jetzt weiß er, wo du bist. Der Wichser lebt immer noch dahinten. Das gibt's doch nicht. Nee. Kam's neue Spitzname Agent Orange. Die entlaubt ja hier jeden Baum. Das gibt's ja auch nicht, ne? Okay, Kenko. Du siehst noch nix, ne? Dann versteck dich noch mal. Und lauf zwei Schritte darüber. Wenn man hart arbeitet, wird man auch besser. Ja, die Frage ist halt wer, ne? Okay. Klaus. Ah, er ist gestorben. Okay. Nice. Hier irgendwo ist zu sehen? Schlechte Zeiten für Agnostiker, um genau zu sein. Äh, ja. Okay. Gut, gut. Also wir müssen jetzt verhindern, dass Oberst Koch hier seine Fluchtkapsel besteigt. Vermute ich mal. Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich hab die Mission irgendwann mal gespielt, aber ich weiß es nicht mehr genau, ob der tatsächlich dann hier hinkommt und da hochläuft. Auf jeden Fall müssen wir Äh, warte mal kurz. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Reduktion, Waffen, Qualifikation und so weiter und so fort. Gary, hör mal kurz auf. Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. Nimm mal die Wundzange und verarzt den. Geh noch mal kurz damit. So, Klaus. Kannst du da hoch? Wär ja irgendwie cool ansonsten, ne? Weil wir müssen da offenbar drum rumlaufen. Dann machen wir das mal. Oh nein, nicht gut. Wer hat dich da jetzt entdeckt? Scheiße, jetzt komm ich auch nicht mehr weg, ne? Naja, komm, dann machen wir das. Dann bringen wir es zu. Ach, dann bringen wir es so fürchterlich zu Ende, wie es am Anfang hat. Günner, versteck dich. Kengu, du bleibst da. Höh. Ach, das ist dieser Techniker, der da hinten hockt, ne? Oder bewaffneter Zivilist oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja. Okay, Klaus, dann schau mal. Soldat. Höh. Was? Wer hat denn da jetzt gerade geschossen? Und es ist kein bewaffneter Zivilist. Okidok. Schießt. Nice. Ich hatte nicht gedacht, dass es so gefährlich sein würde. Was hast denn denn gedacht? Oh. Nein. Oh, 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 wow. Dafür bekomme ich nicht genug Sold. Ne, echt nicht. Dafür wirklich nicht. Wow. Mir hat ein Aktionspunkt gefehlt. Deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, nimmst du mal die, nimmst du mal die Mauser. Fette Scheiße. Gönner kann sich jetzt leider nicht bewegen. Komm, ich weiß ganz genau, dass da nur der eine Typ mit dem Maschinengewehr ist. Guck du weiter darüber. Kenko. Vielleicht kannst du ihn entdecken. Ich nehme den Befehl an. Jetzt bin ich noch gefährlicher. Nein, da ist er. Shit. Wir müssen ihn erwischen. Klaus, du musst ihn jetzt platzschießen. Okay, gut. Der Typ ist krepiert. Nice. Klaus. Warum habe ich nachgeladen? Warum? Weil ich die falsche Taste gedruckt habe. Okay, zwei Schüsse. Lang die für Oberst Helmut Koch. Ja, die lang. Hock dich hin. Soldat, das ist zu einfach. Gary, du bist immer noch dabei, den Gönner zusammen zu flicken. Okay. Ich werde den Teufel tun und damit Karm jetzt weiter reinmarschieren, wenn da der Typ mit seinem MG hockt. Ich denke mal eher, wir werden mit Kinko die Situation hier im Auge behalten. Lade nochmal nach. Sperren Sie den vermutlichen Verräter ein. Vermutlich ist gut, ne? Schlagen Sie den Verräter bewusstlos. Ja, schlagen ist gut. Heben Sie den bewusstlosen Verdächtigen hoch. Ja, das machen wir später. Das machen wir später. Erstmal versuchen mit zu übergeben.